Hallo zusammen, ich bin Martin Heener vom Berliner Hockey Club. Als Mitglied der Deutschen Hockeyherren-Nationalmannschaft unterstütze ich natürlich die Hockey-Loku-Ecke, Schuss, Gold, um zu zeigen, was wir neben dem Hockey noch alles leisten und wie einzigartig unser Sport ist. Bisher sind 140.000 Euro schon zusammengekommen, aber wir brauchen 280.000. Auch deswegen unterstütze ich dieses Projekt und biete zwei exklusive Trainingsstunden mit mir an. Gerade die Berliner Vereine haben sich bisher noch sehr zurückgehalten. Also appelliere ich hiermit an euch, unterstütze dieses Projekt, damit wir gemeinsam eine Hockey-Loku schreiben können.